Die Spannung steigt bei Borussia Dortmund. Drei Tage sind es noch bis zum Titel-Showdown gegen den FSV Mainz 05. Kevin, heute hat aber eine Personal-Nachricht die ganze Geschichte etwas überlagert. Klär uns auf. Ja, überlagert oder eben vielleicht nochmal den richtigen Push gegeben für das große Finale dann am Samstag. Mats Hummels hat seinen Vertrag nochmal verlängert um ein Jahr, bleibt also bei Borussia Dortmund bis 2024. Es gab ja lange Diskussionen, was macht der BVB-Routinier, geht er vielleicht nochmal ins Ausland oder hört er auch ganz auf? War sicherlich eine Option bei ihm, aber er hat jetzt eben klar gemacht, er würde gerne bei Borussia Dortmund noch ein Jahr spielen. Hat aber dann noch klar hinterher geschoben, jetzt gibt es nur ein großes Ziel und auf das fokussieren sich jetzt eben alle. Was bedeutet für Borussia Dortmund die Vertragsverlängerung dann für die kommende Saison? Erstmal ganz viel Sicherheit, glaube ich, auf der Position der Innenverteidigung, weil man jetzt eben mit Niklas Süle, mit Nico Schlotterbeck und Mats Hummels drei gestandene Innenverteidiger hat. Jetzt nicht sofort im Sommer agieren muss, einen gestandenen Spieler holen muss, der sofort als Nummer drei da vielleicht mit reinrücken kann und dann eben dieses Loch stopft, was Mats Hummels sicherlich hinterlassen hätte. Sondern man hat jetzt ein Jahr Zeit, jemanden ranzuzüchten, also vielleicht auch jemand, der perspektivisch eher diese Rolle dann noch ausfüllen kann. Das gibt BVB-Sportdirektor Sebastian Cale sicherlich ein gutes Gefühl. Und Mats Hummels ist dann auch, glaube ich, als Identifikationsfigur, als jemand, der dann auch junge Spieler noch weiterentwickeln kann, sehr, sehr wichtig innerhalb dieses Kaders. Stichwort Sebastian Kehl, der ist gerade zu einer Medienrunde zu den Journalisten gekommen. Was hat er für Einblicke gegeben? Wie ist die Stimmungslage kurz vor dem entscheidenden Finale? Stimmungslage ist sehr, sehr gut. Er musste die Euphorie, glaube ich, schon so ein bisschen drücken, nachdem es dann am Sonntag natürlich in Augsburg große Feierlichkeiten gab. Und man natürlich wusste, jetzt hat man es in der eigenen Hand, kann es endlich schaffen, nach so langer Zeit wieder die Schale nach Dortmund zu holen. Deswegen hatte er am Montag dann auch selbst nochmal das Wort ergriffen, ist zur Mannschaft gegangen, in die Kabine hier im Trainingstrakt und hat nochmal versucht, Dinge einzuordnen, so hat er es genannt. Es gab jetzt natürlich auch viel drumherum, was sich getan hat. Die Feierlichkeiten mussten natürlich auch schon irgendwie geplant werden. Es hat auch in gewissen Teilen natürlich Einfluss auf die Spieler, die dann Ticketanfragen von überall her bekommen. Was ist mit den Familien? Wann kommen sie dazu, wenn es dann mit der Meisterschaft was würde? Das hat man dann aber relativ schnell versucht abzuarbeiten und kann sich eben jetzt komplett darauf fokussieren, das Sportliche eben einzuordnen und einzutüten dann auch am Samstag. Ja, und da muss man eben schauen, dass man in der ersten Elfes von Mainz 05 in irgendeiner Art und Weise schlägt. Sebastian Kehl hat es auf den Punkt gebracht. Wir müssen noch einmal gewinnen und dann können alle loslassen, so wie er sagt. Über diese ganzen Endspiel-Thematik schwebt ja so ein bisschen die Personalie Jude Bellingham. Auch mit dem Thema Wechsel könnte, dürfte, sollte sein letztes Spiel dann für den BVB sein. Dazu hat Sebastian Kehl auch was gesagt, aber die Chancen sind glaube ich allgemein betrachtet jetzt nicht so groß, dass er dann am Samstag zum Einsatz kommen kann. Sie werden von Tag zu Tag kleiner, so muss man ganz klar sagen. Er fehlt jetzt schon seit zehn Tagen, konnte seit dieser Zeit nicht mehr mit der Mannschaft trainieren. Seitdem er ja nach dem Spiel gegen Gladbach zu Boden gesunken ist, nach Abpfiff sich das rechte Knie gehalten hat. Mit dem Linken hat er eh schon länger Probleme, das ist ja auch schon seit mehreren Monaten bandagiert. Aber jetzt ist es eben das Rechte, was ihn da außer Gefecht setzt. Er hat es heute wieder nicht geschafft, mit der Mannschaft zu trainieren. Er soll wohl versucht haben, ein bisschen zu laufen. Das ist ja immerhin schon mal ein Fortschritt. Vorher waren es ja nur Behandlungen und Einheiten im Fitnessraum. Er hat dann am Ende aber auch noch ein Bild gepostet, wo man ihn oben auf dem Balkon sehen konnte. Zusammen mit Athletiktrainer Dennis Moschel und Jamie Bayno Gittens, der ja aufgrund seiner Schulterverletzung auch ausfällt für das Saisonfinale. Also die Chancen werden kleiner, aber Sebastian Kehl hat auch nochmal gesagt, egal was kommt, egal in welcher Rolle, ob fit, ob einsatzfähig oder nicht. Jude Bellingham wird Teil des Kaders sein am Samstag. Und das hat er sich verdient über diese Saison hinweg, über die Zeit, die er bei Borussia Dortmund jetzt unter Vertrag gestanden hat. Und da möchte man ihm, glaube ich, auch einfach die Wertschätzung geben, dass er da am letzten Spieltag die Chance hat auf die Meisterschaft. Drei Tage noch bis zum Mainzspiel. Wie geht der BVB es in den kommenden Stunden an? Morgen geht es weiter mit Training. Ganz simpel. Morgen Nachmittag steht eine Einheit auf dem Platz, auf dem Programm. Dann natürlich am Freitag das Gleiche. Und dann kommt man so richtig in die Spielvorbereitung. Am Freitagabend geht es dann zusammen ins Mannschaftshotel, wo man dann unter sich ist, nochmal einen ganz anderen Austausch natürlich auch hat. Und der Fokus komplett auf dieses Spiel gelegt wird. Es gibt keine Störfaktoren von außen mehr. Ja, und dann geht der Samstag los. Und ich glaube, dann fängt bei allen die Vorfreude an. Dann fängt aber vielleicht auch eine gewisse Nervosität an. Sebastian Kehl hat es gerade nochmal ganz schön zusammengefasst. Da ist ein unheimlicher Druck, der auf der Mannschaft lastet. Den kann man aber eben sich auch zu eigen machen. Man kann ihn zu einem positiven Druck machen, indem man das alles aufsaugt, was auf dieser Fahrt zum Stadion schon passiert. Diese Menschenmassen, die eben den Bus begleiten. Und dann hofft man einfach ganz groß darauf, dass die Fans und diese Menschenmassen am Sonntag dann eben auch noch nach Dortmund strömen und ebenfalls einen Bus oder dann einen Truck begleiten. Ja, wir blicken gespannt auf dieses Wochenende. Alle Infos natürlich auf rn.de slash bvb. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis. Gott und die Welt sucht ja Karten für das Spiel am Samstag. Wir haben noch welche, Kevin. Wir haben noch welche, genau. Sichert euch jetzt, sofern ihr noch kein Kunde bei uns seid, euer Abo. Also, wir verlosen neunmal zwei Tickets und am Freitag gibt es die große Auslosung, sogar in einer kleinen Live-Show bei uns. Also, da wird alles mit rechten Dingen zugehen. Es wird sogar notariell begleitet. Nicht, dass uns so irgendwas vorgeworfen wird, wie diese 18 Karten denn unter den Hammer gekommen sind. Also, sichert euch euer Abo und damit dann eure Chance aufs Ticket. Genau, und der Vollständigkeit halber noch Anmeldung bis zum Donnerstag, 23.59 Uhr ist die Deadline. Also, jeder, der bis dahin ein Abo abschließt, kommt mit in die Verlosung. Und ja, mit ein bisschen Glück seid ihr dann am Samstag bei der großen Feier, wahrscheinlich, hoffentlich, mit dabei. In diesem Sinne sehen wir uns am Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.